Halt! Gelt's! Wir haben den Kopf gesehen! Wir sind gerade mal auf die Kamera! Gehen wir uns genau dann um die Gäste! Ich bin kurz vor dir. Wir sind schön in die Kamera! Riesen Joschi! Das war auch das erste, was Sascha gesehen hatte! Und danach der Mario und der Dingens wieder! Nein, alle! Alle drei! Alle drei! Eine Reihe! Dann noch die freie Auswahl! Da hab ich den Ding Laus, Laus, Laus. Holiday on ice. Holiday on ice. Guck mal, hier können wir unsere Fortnite-Fähigkeiten unterbeweisen. Aber lustigerweise kann ich da immer nicht schießen. Du meinst, unsere Lichtverhältnisse gibt? Doch, wir können schießen. Ich baue lieber. Ich baue höher, höher, höher. Okay, sie baut, ich schieße. Ja, du kannst ja auch nicht bauen, passt doch. Oh, okay, mach mal. Oh, no. La, 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 la. Guck mal, ein Horn und eine Ziege. Hab ich beide. Aha. Die Minion-WM-Edition. Das Ding haben wir auch gefunden hier, das wollte Sascha falsch machen. Hm. Nicht bekommen. Oh. Ich meine, der liegt sehr gut. Thank you. Ich kann mich nicht richtig entscheiden. Aber man muss halt wissen, wo der Schwerpunkt liegt. Der ist wahrscheinlich beim Kopf. Der Greifer war doof. Machbar ist es. Try again. Ah, ne Gruße. Der nächste Automat, ne? Oh ja. Oh ja. Spinne. Oh. Ja, der Mann da rum ist echt. Da erschrecken sich die Leute mal, wenn die Spinne ganz runterkommt. Ach so. Ich beegel, beegel nach vorne. Ja, das hat einen Hubert. Oh ja. A GUARרי, ein Werner für die Spinne. Ja, ja. Oh, nein. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, 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 ja. Musik Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein bisschen dreckiger Tür. Das ist viel mehr. Ja aber jetzt ist das ein bisschen blöder oder? Nein, ich versuche es. Wenn ich am Hals vorbeikomme, kriegst du. Kommst Stück für Stück näher. Jetzt noch ein Fünfer. Jetzt noch ein Fünfer. Das setzt sich richtig an. Muss ja jedes Kind glücklich werden hier. Jetzt reicht es bitte. Scheiße. Ja. 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 Ich habe ein Mario rausgeholt. Das seht ihr bei Laura im Vlog. Den Erfolg. Und dann habe ich gedacht, das Kind freut sich am meisten. Ja. 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 Das muss ich machen. Ja. 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 Den Up можно. Ja. Ja. Wir sind ja noch nicht fett genug. Ja. Gut. Dann. Guten Appetit. Wer Hunger hat, isst nicht. Ich muss mir auch einen Pony schneiden. Jo, wir sind hier gerade am Frühstücken, aber es gab einen Apfeldrink, eine, ich weiß nicht, Himbeermarmelade war es, glaube ich, und noch Kakao. Dann wird auch irgendwas in meinem Zimmer. Das ist leider stinken genommen, ne? Ja. Ich hab hier Katzenohren von ihm. Ja, okay. Dann haben wir die zwei Stars. Ja, und eventuell gleich noch ein bisschen zocken, dann gibt's noch Mittagessen, und dann geht's auch leider wieder auf, aber ich freu mich auch andererseits wieder auf Mucki. Jo, dann sehen wir uns gleich wieder. Na, weiße Soße, rote Soße, was könnte es werden? Schreibt's in die Kommentare. Okay, dann darf er das Endergebnis nicht zeigen. Sie müssen's jetzt reinschreiben. Sie dürfen nicht weitergucken. Ach so. Pause mal an und reinschreibt's. Komm. Ja. Hallo. Wir müssen zwiebeln. Gib wieder zwiebeln. Oh. Guck mal, noch einer. Oh. Der hat Müll geschmissen. Da ist ein Mülleimer. Ja. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man schnell läuft, ne? Ich weiß halt immer noch nicht, wie man schnell läuft, ne? Das ist wegkicken immer von der! Die will einfach nicht mit mir spielen. Hier, Flüsschdruck! Raus! 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 Ich glaub das war gar nicht so schlecht. Ja. Über drei mal drauf. Ja. So gut. Hm. So. Ihr solltet ja gerade erraten, was es mit diesen zwei Soßen auf sich hat. Äh, die Jenny schneidet gerade Portionen zurecht. Guck mal. Social Eating Stream Hit. Mhm. Ich höre Besteck. Und jetzt die Auflösung. Na? Was ist das? Richtig! Lasagne! Genau! Neidisch! Achso, kann man das sehen? Wir sind gerade am Bremen Hauptbahnhof. Wahrscheinlich nicht, aber ich hab Zoom. Achso. Sonst film ein Display. Dann siehst du's. Riesentat! Ja. Das fehlt dann. Ich hab ja... Ich hab ja ja super Zoom so. Ich kann ja fast... Ich kann ja in die Gondeln... Guck mal. Jetzt kann die Gondeln reingucken. Ich bin sehr wackelig, aber die Gondeln sind leer. Die sind alle leer. Sniper. Ja. Da ist 8 erst. Nein. Ich wollte dich noch nicht erzählen. Das kommt überhaupt nicht durch. Wir sind hier fast ganz draußen. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Kameraga. Ja. Ja. Also... Die 2 Tage sind rum. Eine Stunde hat uns die Bahn ja geklaut. Ja stimmt. Eine Stunde streamen. Oder eine Stunde schlafen. Ja. Am ersten Tag haben wir sehr lange gemacht. Da haben wir irgendwie keinen Schlaf gebraucht. Ja. Das Spiel. Das hat uns einfach sehr auf... Also mich hat das sehr aufgedreht. Mhm. Das Spiel war sehr gut. Acted out. Muss die Jenny jetzt von nun an alleine spielen oder wenn ihr Typie mal zu Hause ist, wenn er Bock hat? Mal gucken. Ich glaub eher nicht, dass er Bock so speziell drauf hat. Oh, ganz pinke Rollkoffer kommen jetzt. Aber der darf immer mit mir Overcooked spielen, weil ich einen zweiten Controller hab. Da bin ich gespannt. Das ist auf jeden Fall. Ich mag das Spiel. Das muss doch mehr ausgereizt werden. Ja. Dann könnt ihr euch gegenseitig ankacken. Haha. Mann! Bruncella! Jetzt ist das Essen angebrannt. Ja. Geh raus und... So macht es Spaß. Mein Arm wird schwer. Meine Finger werden kalt. Ja, das ist... Die Kälte macht den Arm schwer. Ach so. Das sieht jetzt bei dir doof aus. Haha. Dafür bist du bei mir doch... Hallo! Hallo! Beide denselben langen Arm. Haha. So. Mein Zug kommt. Ich glaube von dort hinten. Da. Also da. Einerseits gemischte Gefühle so. Das sieht aber auch nicht nach ICE aus, ne? Ne. Ist ein IC. Ich hab kein ICE. Für mich ist das das Gleiche. Es tut mir leid, ne? Aber... Wie viele Buchstaben denn noch? Dann wär ich glaube ich in einer Stunde wieder zu Hause. Wär auch schön. Das wär geil, ja. Für 20 Euro. Eine Stunde. Guppertal Bremen. Jetzt hab ich dich und wie der Zug eingestellt. Und mich. Das ist doch schön. Wunderschön. Ich krieg nicht alles drauf, oder? Doch. Ich krieg nicht alles drauf, oder? Doch. Ja. Ich krieg nicht alles drauf. Ja. Ich krieg nicht alles ja wieder. Genau. Man liest sich. Man schreibt sich. Man schickt sich Fotos. Man tötet sich. Nicht gegenseitig. Ja, sieht was Gutes aus. Okay. Schnell rein. Ja. Jo, mach ich. Ja, ich bin doch noch da. Oh nein. Du bist auch noch da. Oh nein. Er ist doch noch da. Jetzt noch drauf. Oh nein. Es sind also wahnsinnig. Wieso eigentlich technische Schuhe von hier oben? Zettel reingesteckt werden. Ja. I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, Country Rose, I hear her voice in the morning hour, she calls me. Endlich wieder angekommen. Ich habe jetzt einen Zug früher genommen. Eigentlich wollte ich mit der S-Bahn kommen. Und deswegen sind die zwei jetzt noch nicht da, aber ich denke mal, die kommen aus dieser Richtung hier. Und den habe ich schon mal ausgepackt, damit Mucki ihn gleich sieht. Ich will mich eigentlich nicht draußen in den Regen reinstellen, ich glaube, ich warte mal hier unten. Jetzt dann gleich hoch auf den Park-and-Wide-Ports. Ich bin sicher, ich bin sicher. Die Kamera kann ich gar nicht halten. Mama, ich bin auch bei Katzenmario mit Papa ganz weit gekommen, schon in Level 7, aber ich glaube auch schon in Level 8. Freust du dich über Cooper? Ja! Dann kommen wir jetzt nach Hause, ne? Das ist alles für dich, Mami. Dankeschön. Hat mein Papa dir gekauft. Auch schöne Rosen. Ja, die sind ja immer schön. Ich finde Rosen schön, Mami. Ja, danke ihr zwei. Bitte. Danke. 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 Danke.